Und das kannst du nur bei 5.000 Rupees, Gino? Okay, wir finden eine Lösung. Ich sitze in diesem Scheiß-Hotel hier und kann mir für 5.000 Rupees wahrscheinlich sogar nicht mehr einen Kaffee kaufen. Hey, Francesco! Ja, das ist im Prinzip schon von vornherein. Verstanden? Gino, Gino�동. Francesco, Gino, Gonzales, Gino, сор porta... Großart, kass... Das ist richtig lustig da. Warst du da auch schon mal? Das ist so lustig da. Das ist Respekt, den kannst du dir kaufen. Respekt.